Und damit willkommen zurück zur Stronghold Definitive Edition im Live-Let's-Play. Auf geht's in die Mission im Schatten. Es hieß, die Ratte schäumte vor Wut und entsandte Verstärkungen in großer Zahl, um das Tal wieder einzunehmen und zu halten. Man beglückwünschte den Hauptmann nur kurz zu seinem Sieg, dann schickte man uns erneut auf Reisen. Wir drangen in das neu eroberte Gebiet der Ratte vor und wichen eine Woche lang den Spähtrops aus, ehe wir tief in den Banditen verseuchten Ebenen im Osten auf ein kleines Dorf stießen, wo man uns mit offenen Armen empfing. Oh Gott. Das ist, ähm, lustig. Oh Gott, schluck auf. Wird lustig werden wahrscheinlich. Du kannst den Käseverbrauch abschalten, bis du genug gesammelt hast. Nutze viele gute Dinge, um deine beliebte Daufe zu erhöhen und den andauernd Banditenangriffen anstand zu halten. Klick auf das Alarm, so wurde Radagat. Ja, okay. Errichte Brunnen gegen Brände. Oh. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Käse, Stein, Eis. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeile. Was gibt's? Ah. Wir haben nicht genügend Holz, mein Lord. Ah, Marktplatz. Wir haben nicht genügend Gold. Also theoretisch ist Eisen von Anfang an, so ist es nicht. Okay. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Ja, Herr. Ach, nicht mein Eisen kaputt. Bewegt euch, Hunde. Uff. Bewegung. Na los. Diese ist so gut wie tot. Zu arschig, ey. Die hab ich grad... Ey, nee, die hab ich grad gebaut. Das lass ich mit... Nee. Habe ich grad gebaut. Wir haben nicht genügend Holz, mein Lord. Bier zu machen, wär auch keine schlechte Idee. Geh nicht noch einmal. Äh... Die Map hat echt wenig Holz. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Was wünscht ihr? Auf ins Getümmel. Bewegt euch, Hunde. Bewegung. Na los. Ja, endlich. Da. Wir haben keine Schocken. Auf ins Getümmel. Und weg. Das Volk liebt euch, mein Lord. Das Volk liebt euch, mein Lord. Ah, man kann speziell gucken... Ich hab... Oh. Okay. Das Volk liebt euch, mein Lord. Das Volk liebt euch, mein Lord. Ich bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Boah, da mach ich gar keine stärkere Waffenproduktion. Ich glaub, das bringt nichts. Mein Bogen ist euer. Bewegt euch, Hunde. Was gibt's? Ja, Herr. Das Volk huldigt euch, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Ähm... Auch Holz für eine Schenke. Ihr habt nicht genügend Gold. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Normale Rationen. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Euer Gnaden. Das Volk liebt euch, mein Lord. Wie viel Käse? Mach mal Käse nennen. Habe ich theoretisch genug? Ja, den... Ja. Irgendwann... Wenn der irgendwann liefert, ist ja in Ordnung. Sire, mach ich einfach nur mehr Äpfel. Die Dieten treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Da unten. Ja, Herr. Ja. Eure Befehle? Die Goldvorräte sind zu knapp, Sire. Bin zur Stelle. In Bewegung. Manchmal hilft Nese so gut wie tot. Das ist leider nicht möglich. Wieso ist das nicht möglich? Pfeile bereit. Na, trifte dir mal. Eure Befehle sind zur Stelle. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Das ist gar nicht so leicht, hier alles einzuplanen. Irgendwann es so schleppen nur ankommt. Ja, so viel mehr Pech. Steiner muss ich ja dem auch abbauen. Ja, Herr. Hm. Bin zur Stelle. Wir benötigen Gold. Unsere Schatzkammer leert sich. Ich kann auch nicht irgendwie... Ich kann auch schlecht irgendwas verkaufen, ne. Das... Ja. Boah, der macht noch den einen und dann reicht es erstmal mit dir. Kann ich Lederhahnig nutzen, um zu verkaufen? Wir beide stehen in Flammen, Sire. Ja, gut. Ja, gut. Ja. 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 Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Unsere Lebensmittelvorräte schwingen da innen, euer Nahrung. Es brennt ein bisschen. Eure Beliebtheit sinkt. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Ja, endlich. Bewegung. Na los. Ja. 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 Da kann ich das endlich mal löschen, richtig. Unsere Schatzkammer leert sich. Das Volk ist euch wohlgesonnen, euer Gnaden. Ja, dann kommt Keith erstmal mit dazu. Ist okay. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Lord. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Lord. Das Volk ist entzückt über eure bevorstehende Vermählung, Sire. Warte, was? Davon weiß ich nichts. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Lord. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Lord. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Lord. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Das Volk liebt euch, mein Lord. Ich weiß gar nicht, wie effektiv das wäre, immer Hanische zu verkaufen, allgemein. Ich meine, es ist zwölf Stück gerade mal pro so eine 10 Haar, die du hier hergestellt hast. Also theoretisch hast du erst mal wieder raus. Ja gut, es ist, es gibt Schlimmeres. Aber es gibt auch Besseres. Ihr habt nicht genügend Gold. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lord schafft. Bogenschützen bereit. Eine ekle Gestelle. Mein Bogen ist euer. Visiere an. Die haben keine Chance. Ganzhaft. Das Volk liebt euch, mein Lord. Ja. Da denke ich mir auch mal so, ja echt, macht es das? Oh, ich mag Wirtschaftsmissionen null. Stein und Pech fehlt mir noch. Nur bei 10 Eisen kann ich dir ruhig schon verkaufen lassen. Wir benötigen Holz. Wir benötigen Holz. Ist eigentlich noch eine Stelle, wo man Steine bauen kann? Nee. Soll also eine gut verteidigte, ja. Bin zur Stelle. Verteidigt werden. Mein Herr. Ein weiter Weg. Ja, Herr. Es werden Waffen benötigt, Sire. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Ein weiter Weg. Reizorten reichen. Wir benötigen Holz. Wir benötigen mehr Holz. Leider. Tricksniger so. Ihr habt nicht genügend Gold. So teuer. Ja. Jetzt hat sich das ausgedacht, dass es so... Wo ist der hin? Freiheit sein soll. Eure Beliebtheit steigt. Banditen treiben in der Nähe der Unwesen. Ja, genau. Bin zur Stelle. Wie soll das gehen? Die sind so gut wie tot. Komm. Bewegt euch in der Hunde. Wir benötigen mehr Holz. Ja. War so klar, dass das passiert mit der Zeit. Ja, Herr. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Ein weiter Weg. Mein Bogen ist euer. Rücken aus. Sind auf dem Weg. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Wäre das nicht schlauer gewesen, wenn ich hier die Pechningang gebaut hätte? Das wäre so viel näher als die, der Weg. Ich bin jetzt zu spät. Bin zur Stelle. Ja, Herr. Hör mal auf zu verkaufen wieder. Ja, Herr. Was wünscht ihr? Ich kann nicht mehr ab und zu nochmal selber Streitkolbenkämpfer kaufen. Johanna Sturm. Trifft Leute. Mit dem Pfeil. Zwischen die Augen. Unsere Goldvorräte wachsen steht nicht, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Wir werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, mein Lord. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ich bin zur Stelle, mein Herr. Ein weiter Weg. Ja, so langsam wird es jetzt mit dem Stein und so. Machen wir mal schneller hier. Aber jetzt. Das kann ich, da habe ich nichts verkaufen, ne? Ja. Ja. Ich glaube, die zwei reichen absoluten. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Oh, 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 Ben. Da habe ich nichts. Es werden Waffen benötigt, Sire. In Bewegung. Bin zur Stelle. Unerreichbar. Rücken aus. Eure Beliebtheit singt. Er hätte weder werden können. Weit auch besser werden können. Wir benötigen Holz. Ja, gut. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ich kann oder ich darf nicht. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Ja. Eure Beliebtheit steigt. Das Volk huldigt euch, Sire. Die Dorfbewohner sagen, wir hätten nun etwa die Hälfte der Waren eingelagert, Sir. Schön. Ist zwar schon mehr als die Hälfte, aber ja, gut. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Das Volk huldigt euch, Sire. Oder reichen die zwei? Zwei Steinlieferungen auf jeden Fall noch. Damit würden wir nur 24 reinkriegen. Dann wären wir bei 69. Und nur sehr viel mehr Pech. Wir benötigen Holz. Pech dauert echt am längsten. Ich bin zur Stelle. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Ja. Mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg. Eure Beliebtheit sinkt. Kleine Kinder. Geht nach Hause. Ja gut. Würde ich dir auch empfehlen. Hinter dem Beliebtheit hinterher. Da warten sie es nicht. Neu muss. Ach, ein Barde bringt nur zwei. Äh, Käse. Bitte aufhören. Auf Wieder Käse. Hätte mir früher auffallen müssen. Na ja, mach mal so. Achtung! Waffen geschultert! Bin zur Stelle! Achtung! Komm mal. Komm mal. Komm mal. Ich kriege ab und zu ein paar Armbrüste rein. Das ist gut. Achtung! Äh. Ganzhaft? Ach nee, die bringen ja gar nicht zwölf. Die bringen nur acht. Ah, ja gut. Ja, eine Lieferung fehlt noch. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Bereits eure Lordschaft. Ist nun mal so, wie es ist von der Seite. Eure Beliebtheit sinkt. Das war ein kurzer Rucklauch. Der Kornspeicher ist voll, mein Lord. Äh, wenn er voll ist. Gau ich mal. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Euer Gnaden. Ich gehe sie wieder drinnen. Das sind jetzt alle Wintervorräte, Sir. Ah, sehr schön. Der Vorsteher ist äußerst zufrieden. Sieg! Schwef... Äh, Pech für Wintervor... Alles klar. Okay. Ach, gut. Nein. Ja gut, dann war's das mit der Folge. Vielen Dank für's Zusehen, falls euch der Part gefallen hat, das so ein Lektor. Und wir hören uns beim Umweg in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Cheerio. Wir hören uns beim Umweg in der nächsten Folge wieder.